Ich glaube gar nicht so viel anders als heute. Wahrscheinlich wird sich vieles revolutionär verändern, aber ich glaube nicht an die große Diskussion. Es wäre gut, wenn sich Hochschullehrer weiter verbessert. Ich glaube auch, es ist extrem wichtig, dass wir einen stärkenden Fokus auf der Lehre umlegen, als wir heute haben. Ich sehe da aber große und gute Signale in die richtigen Richtung.